es sollte eigentlich nur dann eine kleine aufnahme werden scheiße ich weiß nicht genau wo ich das hier inbauen soll liebsten würde ich hier so ein bisschen nach hinten gehen das kann ich aber nicht ihre gebäudeauswahl wurde vergrößert das finde ich doch sehr ganz geil ja wir können bauen wir können ausbauen nicht genügend Baumaterial wieso ich brauche eindeutig mehr holz warte ich habe doch hier unten jemand genau das du kannst mich dem kann ich noch reden du kannst mir mal das holz bringen und nachher noch zurück zu meiner hauptstadt gehen um dort das christliche hanf abzuladen ich brauche mein stoff du bist schon wieder voll eine produktion kommt zum erliegen ach wat Holzfüllerei ihr habt zu viel Holz ne hier hat es zu viel hier hat es zu wenig okay was was du wirst jetzt hier mal rauf und besorgst ein bisschen mehr Holz das schiff kann ich eigentlich direkt dann für die route benutzen ne hafeneisterei haben wir nicht ne doch wir haben ne kleine werft aber für das brauchen wir patrizia ne und für patrizia brauchen wir gewürzfarbe und für eine gewürzfarbe brauchen wir mehr holz und das holz ist auch nicht geht doch alles geschmiert ne 25.000 gold what the fuck wir machen nur noch hm wir machen wenig Einnahmen wir brauchen mehr Einnahmen gib uns Geld und für das brauchen wir mehr Räuschen und dat baue ich jetzt und für das brauche ich einen neuen Marktplatz den ich denke ich mal hier hin bauen werde ne ich werde ein bisschen mehr ich werde ich hier ja genau hier hin ist gut so haben wir unseren nächsten Marktplatz und können unser kleines Städtchen hier ein bisschen vergrößern finde ich doch ganz gut so ach das mag ich doch oh das geht sogar direkt auf das finde ich ja mal ganz nice das finde ich ja mal ganz geil so als wäre die Stadt direkt von Anfang an richtig schön durchdacht gewesen ist hier zwar nicht aber sie fast so aus man könnte es denken ne ok hier müssen wir dann aber ach was hm hm ok das ist jetzt aber ein bisschen dumm ne ist es eigentlich nicht aha ok ich glaube ich habe so eine Ahnung wie ich das hier mache mit Gottes Segen steht uns eine ertragreiche Ernte bevor tut es das finde ich schön finde ich schön so hier ist mein Chef angekommen bereits dich lade ich mal ab Hanf braucht ihr hier nicht das restliche Hanf bringst du jetzt hier rauf und bei dir lade ich mal 20 Tonnen von dem und ne das ist ein bisschen zu viel 30 Tonnen von dem hier ein kannst du mal hier runter und was ist das für meine Handelsschiffe haben neue Waren aus dem Kaiserreich an Bord finde ich cool finde ich ganz cool wo ist eigentlich mein letztes Schiff das steht hier sicher noch ja das steht noch hier huh war es das du kannst wieder hier rauf gehen um einsatzbereit zu sein und um mich zu beschützen gut jetzt könnt ihr dann sicher auch bald mal wieder aufsteigen ich setze eure steuern mal noch ein bisschen runter und brauche ich hier denke ich mal ne Kapelle ist das ne Kapelle? ja das ist ne Kapelle gut das aufsteigen beginnt wieder perfekt so mag ich das doch warte ne so mag ich das gar nicht du gehst nämlich hier drüben hin scheiße die hat keine ne ach ne wenn ich hier hin würde sie gehen so auch aber so wir sie sind genau so nicht ach ne das finde ich jetzt aber ganz drückig hm hm ok das muss ich mir noch genauer überlegen aber hier kann ich jetzt endlich meine Gewürzbaum bauen oder? ja kann ich und hier noch perfekt komm bau ach muss man noch klicken stimmt ach scheiße ach ach finde ich gut du arbeitest zu 100% ne was ich sehr gut finde so so du lädst hier mal den Hanf ab den Hanf dann kann ich eigentlich langsam damit beginnen die Handelsroute einzurichten Routenplanung genau Routen erstellen Konto hinzufügen ach warte ich kann hier drauf klicken ne einmal hier bitte und das hier so finde ich gut dann nehmen wir hier die Samsung die haben die haben eine neue Medaille erhalten ich sehe sie nicht aber ich weiß ich habe eine neue Medaille erhalten finde ich gut gut nehmen wir die Ikara dafür so in Tremenden das muss ich dann noch umbenennen laden wir hier das hier ein aber ich denke nicht so viel sondern nur auf das Schiff laden gerne 10 so und hier abladen auch 10 finde ich gut gut haben wir doch die erste warte ich nenne die jetzt mal ähm wie soll ich die nennen Konto ne warte äh Orient 1 Orient 1 gut so mag ich das keine falsche Bescheidenheit ihr habt euch diese Belohnung redlich verdient oh ich hab sie in Edelsteine was bringen mir Edelsteine hm ok hier haben wir noch ziemlich viel 20 Medaillen um freizuschalten finde ich cool doch doch die Insel wurde von einem Mitspieler besiedelt da besiedelt der schon wieder ein komm alter hör auf dich auszubreiten und schwuchtel echt sonst kann ich nicht Riff was bringt mir ein Riff Riff kann nicht zerstören UNZERSTÖRBAR ist das Gott oder wie ne ne der war lahm ja ich weiß dich halten wir mal schnell an weil du musst jetzt hier mal hier hin um das hier aufzuladen was du hier noch drauf hast gut und dann kannst du eigentlich direkt wieder beginnen so perfekt gut läuft doch alles wie jemand will das jetzt muss nur noch das hier beginnen zu produzieren das hatten sie auch schon ach haben sie das haben sie das interessiert mich das eigentlich ach das ist die hier ich hatte hier eine moschee ne die moschee sieht schon noch geil aus die kapelle ist so ja ich bin der kapelle und sehe nicht gerade spektakulär aus hö 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 ok bald sollte hier mal das die ersten Gewürz ankommen und dann könnt ihr auch aufsteigen aber Musik Mosaik im Lager von Wursthofen was ist das was ich dachte es mir ach ja genau umbenennen das machen wir noch schnell Drehmünden du sollst nicht Drehmünden heißen dich nenne ich Dattelhausen 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 genau du nennst ich nenne dich jetzt Dattelhausen die wollen jetzt Milch ne Fresst eure Milch macht euch mit unserer Baukunst vertraut ich brauche ein weiteres von dem hier ne es lauern Gefahren auf hoher See ihr solltet euch dagegen wappnen ich denke das brauche ich so hierher bin ich gut ach wirklich das brauche ich mal zuerst ein Kriegsschiff und für das müssen die Spassen hier mal aufsteigen die Kapitänskajüte habe ich mir besonders komfortabel einrichten lassen wirklich hast du das es interessiert es bei niemanden aber ok hast du das ah je gut jetzt bleibt nur noch hier das kleines das kleine Problemchen mit der Kapelle ach komm Schnauze der andere kann von mir aus Bauer bleiben wenn er will ja der kann Bauer bleiben so hier mit Weg verbinden und hier auch und jetzt ist nur noch die Frage wie machen wir das hier ach das habe ich so gesagt stimmt hier 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 und hier ihr solltet eure Gewürzproduktion im Auge behalten was ist das was ist das wie gerne diese muss ich soll ich das bitte oh wie viel hast du jetzt eigentlich aufgeladen neun finde ich gut ähm hier hin hier hin hier hin gut jetzt stimmt es auch hier Weg lang ziehen Spiel gespeichert ja ja gut dann haben wir das Problem mit der Kapelle auch geregelt und dann würde ich sagen war es das mit der Aufnahme heute weil ja wir haben jetzt schon drei und eigentlich sollte die Folge hier schon online sein hö 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 ähm und ja eigentlich jetzt kein Problem mehr du lädst hier jetzt dann gleich mal deine ähm deine Gewürze ab was ich sehr gut finde ihr könnt eigentlich mal hier andocken um den Weg hier frei zu machen und dann würde ich sagen bis zur nächsten Folge A0404 ja das interessiert mich immer noch nicht und dann bis zur nächsten Folge wuhu haut habt einen schönen Tag haut rein und viel Spaß